Junge, Junge, mach dich hör auf! Der Propa, der Propa hat dir ein Video gemacht. Du musst raus, du musst antworten. Ich hab antworten raus. Ich hab doch Urlaub. Ich hab doch Urlaub. Die wollen nur noch länger hier bleiben. Aber ich hab doch Urlaub. Weniger muss bezahlt sein, raus sei hier so ein antworten. Ja, lieber Propa, meine Familie hat mich dazu gezwungen. Ich hab dein Video gesehen und ich dachte, ich muss auf jeden Fall darauf jetzt reagieren. Auch wenn ich jetzt hier gerade natürlich in einem meiner 27 Ferienhäuser am Pool eigentlich mein Leben genießen würde. Gibt der YouTube-Algorithmus mir leider vor, dass ich natürlich jetzt zeitnah reagiere. Ich hab mir Jodie dazu geholt, weil ich dachte, dass wir... Jo Leute, was geht hier jetzt? Es hat mich voll verwirrt, dass das Intro nicht kam. Das Intro war... Du hast eben... Leute, wir haben es uns beide noch überhaupt nicht angeguckt. Ich bin echt gespannt, was da jetzt geht. Eigentlich ist es jetzt... Revi reagiert auf Opa reagiert auf... Revi 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 reagiert auf Opa. Hashtag Prankbros Gesicht, whatever. Leute, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich bin, wie gesagt, die Leute sehr spartanig am Aufnehmen, aber es passt. Das ist ein ganz schöner Background. Das ist mal was anderes, ne? Propa, was hast du da für uns gemacht? Bitteschön. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Sieht voll fett aus. Egal, was wir jetzt machen. Propa! Nicht dran. Ich bin voll gern so im Schaugelstuhl sitzen. Ich wollte gerade sagen, so sehe ich mich auch in zwei Jahren. Im Schaugelstuhl mit dem Bergischen Handelsplatz. Mal gucken, was für ein Gönner dieser Mann ist. Er genießt das Leben. Oh Gott! Als ob! Obacht! Was ist das für ein krankes Video, Mann? Was geht ab? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ganz kurz, ganz kurz. Hast du das gerade gesehen? Das ist eine Rolex. Bei Propa läuft. Ich hab nicht meine Uhr. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab Style und das Geld. Guck da! Boah, wird das richtig gut in Szene gesetzt. Er hat es wieder getan. So geil! Er hat es wieder getan. Was ist das für eine Qualität? Das ist heftig, ne? Du, das Lichtsetzung alleine ist der Shit. Guck. Wo man das gemacht hat. Jetzt. Da war ja noch was. Ahhhh! Ich hab's gekauft! Ohhhh! Ich hab's gekauft! Jetzt haben wir deine Adresse. Das war hart gruselig. Das war richtig gruselig. Er hat einfach... Ich liebe ihn. Ja, Mann. Wie wär's mit Propa-Merch? Ich stimme zu. Propa-Merch muss sein. Erstmal abstimmen hier. Oh mein, ja. Ja, 94%. Wow. 99%, 1% ist einfach gestorben während der Umfrage. Alles klar. Thüringer Klöße, ne? Thüringer Klöße. Oh, Sturmwaffel ist in den Trends mit seinem Prank. Congratulations. Der ist nach hinten umgekippt. Ich würd das gerne noch hier machen, aber wenn ich das mache, fall ich entweder in den Pool oder schlag mir den Kopf auf. Das muss so verwirrend für ihn sein. Ne, ich glaub, der checkt schon, was ein Greenscreen ist. Ja, das stimmt. Ich glaub, der weiß das besser als du. Ich hab einfach aus Zufall das gleiche T-Shirt an wie gerade. Ich hab noch ein T-Shirt, Leute. Uuuuuh, öffn nicht bei mir. Warum hat er den jetzt abgehangen? Genau, das gleiche hab ich auch gefragt. Warum hat er das jetzt abgehangen? Das sieht viel geiler aus mit. Weil das so seriöser ist. Ach so. Dass er nicht mehr sieht, dass der Propa in den Trends an zweiter Stelle steht. Propa, ich gönn dir alles. Ich bitte dich. Ich bitte dich. Ich gönn dir alles. Hat er Angst gekriegt? Ja, ein bisschen. Das Würdeste dabei ist, dass vorne meine Familie einfach sitzt und alle so. Aber Leute, für die Klicks. Eigentlich gucken die alle auf ihre Handys und interessieren sich gar nicht dafür, was wir machen. Okay, Propa. Du denkst also, Propa, dass du auf mein Video reagieren kannst. Ohne eine Backreaction zu erwarten. Propa. Genau das. Mal wieder Propa. Mal wieder. Don't you dare. Okay? Ja. Damn, son. Da liegst du falsch. Damn, son. Damn, du liegst falsch, mein Freund. Der Depp. Wir haben das auch so. Wie war das? Wie ging das nochmal? Oh mein Gott. Das ist so toll. Ich bin das einfach. Das ist so geil. Das ist so nice, oder? Ja. Der Depp. Wie ging das nochmal? Fangen wir an mit der Description. Wer ist dieser Revi? Er hat mich verlinkt. Propa. Ehrenmann. 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 Was zum Teufel? Was zum Teufel? Oh ne, warte, warte. Was kommt jetzt? Das läuft nicht aus. Anziehen. Gelbe Karte. Oh fuck. Oh shit. Ich will wieder anziehen. Wenn da der Trikot aussieht, dann zeigt er die gelbe Karte. Ist sie am Fußgott verboten. Wahrscheinlich genau. Warum hat er sein Trikot ausgezogen? Das weiß ich auch nicht. Die zwei Sterne, die hast du verdient. Komm, gib mir ne brüderliche Umarmung. Gib mir Propa. Komm in meine Arme. Erstmal hier seine Ansage. Wer ist dieser Revi? Propa. Wer ist dieser Propa? Damn. Propa ist laut Fans der beste YouTuber. Propa. Du? Halt mich, Jodi. Nein. Beginnen wir mit dem Video. 3 Minuten 47. Ich bin schon wieder. Doch der Ehrenmann. Kriege ich jetzt rote Kante. Schon wieder. Dann muss ich stimmen. Nächstes bin ich auf 10 Minuten gestreckt. Komm. Komm in meine Arme. Komm. Komm Propa. Einmal reicht doch. Mal irgendwas zu einem Video von mir zu recken. Dann machen wir Double Action Reaction. Genau. Direkt, 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 direkt. Direkt, direkt, direkt. Direkt, 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 direkt. Der versteht das nicht. Opa, das war Deutsch. Versteh ich nicht, was du für ein Deutsch sprichst. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nicht ansatzweise Deutsch, was ich spreche. Ich glaube, von meiner Sprachgewalt her, habe ich da was ganz Neues erschaffen. Kann die Vögel vielleicht ganz kurz die Schnauze halten? Alter, Alter, das, das, Leute, das Intro ist deutlich professioneller als der ganze Scheiß, den ich jemals in meinem Leben abgeliefert habe Guck mal, wo ist ein Zimmer, wie das aussieht Guck mal, er hat zwei Bildschirme, Softboxen und alles Er hat sogar ein Ikea-Regal, wie jeder YouTuber Und ich sitze hier irgendwo in einem meiner 27 Ferienhäuser und Wir sind sehr professionell, das merkt man auch an solchen Aktionen hier Das hält das Gewicht, oh mein Gott, wie geil Ja, also das hält das Gegengewicht, also das Gegengewicht, also es ist das Gegengewicht vom Mikrofon Versteht er glaube ich nicht, Opa versteht es nicht, ne? Ne, Opa versteht es nicht, ne Genau, genau, ja Alter, jetzt musst du dir reinziehen, jetzt hier unten noch ein Bildschirm Das ist ja dann so verwirrend Boah, ich komme jetzt schon nicht mehr hinterher, wer ist jetzt der erste? Ja, ohne Witz, wenn jetzt Das ist der mit dem neuen, aber wenn dann, dann bist du nochmal mit denen Mit dem gleichen Shirt und dann kommt hier nochmal ein Propa hin Leute, nach dem Video, wir haben den YouTube-Algorithmus zer... Ich komme nicht hinterher Hier steht der amerikanische Präsident im Hintergrund Opa, Donald und ich sind Homeboys Seit Tag 1, okay? Das nur mal vorweg Propa trägt jetzt Kleidung wie der Präsident von Amerika True, sie haben beide einen guten Modegeschmack Das muss man ihnen eher verlassen, oder? Ich muss ehrlich sagen, Leute, Propas Content gefällt mir richtig gut Es ist, es ist geil Ist ehrlich, finde ich saunice Ja, danke! Propa, Propa, whatever your name is, ich würd gern deinen richtigen Vornamen erfahren Hansi Ah, Hansi! Er heißt Hansi! Wie? Was denn? Der Kanarienvogel Aber der Kanarienvogel hast du nicht Hansi? Oder ohne Wellensittich, wie ein Wellensittich Hansi Von Erweif, der hieß Hansi Er kennt diesen Kanarienvogel von Erweif Jetzt hau mal raus hier Laber nicht, Alter Oh, Ghettofaust Aua, oh, 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 oh Den kennt der, ich glaube, das meint der Oder vielleicht, weil jeder Kanarienvogel Hansi heißt Bitte klär uns auf im nächsten Reaction-Video Backreact, Reaction Du weißt Reck, dreht, dreht Bapp, bapp Bapp, bapp Bapp Ich liebe es Es ist so verwirrend Es ist so verwirrend Es ist saugeil für mich zu sehen Dieses leichte Grinsen, wenn ich mir das nicht einwillen auf seinem Gesicht Ich glaube, der Mann freut sich ein wenig darüber, dass wir so viel Spaß mit seinem Video haben Und das freut mich auch, weil Spaß ist geil Ja, das freut mich sehr Dass Opa, Propa euch so viel Freude machen kann Oh mein Gott, der ist so cool Da ist kein Platz mehr für mich als React Das muss man irgendwie dazuschreiben. Und ich weiß, dass du noch viel mehr drauf hast. Never stop pursuing your dreams, Opa, okay? Mein Englisch lässt zu wünschen übrig. I'm so sorry, Opa. I'll try my best to speak into the German language. Das war total falsch. Into the German language. Hab's auch nie gelernt. Man muss wissen, wo man steht. Und du weißt es, du stehst mitten im Leben. So wie die Zimmerpflanze hinter dir am Fenster. Ja, die Zimmerpflanze, gleiche Farbe wie dein T-Shirt. Mal wieder, mal wieder. Die Zufälle häufen sich. Was ist hier los? Das ist gerade echt unheimlich. Wie kriegt man eine Zimmerpflanze am Leben gerade? Wir beide schaffen es nicht. Ja, ich zumindest nicht. Alle sterben einfach. Wie macht Leute? Schreibt einfach mal in die Kommentare, warum sterben die immer? Klopfen wir kurz. Hallo? Das ist eine Bildgewalt. Die findet man nirgendwo anders. Es ist wirklich so krass professionell, Mann. Ich will wissen, wer dahinter steckt. Alter, wer macht mit? Leute, das ist jetzt die Prankwurst-Gesichts-Inception. 1, 2, 3, los. Everybody now. 1, 2, 3, los. Ich freue mich auf jeden Fall auf eine Antwort zu diesem Video. Vielleicht können wir irgendwann mal eine Collaboration machen. Keine Ahnung, Alter. Ich würde gerne jetzt eine Rolle in der Mannschaft spielen. Unter einer Bedingung. Aha. Ich bekomme einen YouTuber-Rang auf deinem Server. Oh, damn. Den kriegst du. Ich weiß nicht, wenn du Twitter hast, schreibe ich dir gleich. Wenn nicht, schreibe ich dir irgendwo anders auf Instagram oder sowas. Wir kriegen das hin. Auf jeden Fall. Das machen wir. Definitiv. Sobald ich wieder zum Urlaub zurück bin, hundertprozentig. Du hast ein Headset, Opa. Melde dich bei mir. Ja, wir haben ja eine Mail geschrieben. Aber du hast leider noch nicht geantwortet. Was? Probier du uns mal eine Mail zu schreiben. Ich freue mich schon auf deine Antwort auf dieses Video. Aber leider kann ich in den nächsten drei Wochen nicht darauf antworten. Opa geht in Urlaub. Ja, wir sind auch im Urlaub. Und hält uns das auf. Opa, ganz. Also jetzt mal. Opa, ganz. Das ist ja alles so. Nein, 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 nein. Also nach dem, was er jetzt alles schon erreicht hat. Das ist echt ohne Witz. Guck dir mal an. Der hat 121.000 Abonnenten, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, hat der 60.000 gehabt. Du hast den Urlaub redlich verdient. Ich werde euch auf jeden Fall auf Instagram anschreiben. Ich gucke, was jetzt auch zum Ende kommt. Aber innerhalb dieser Zeit kommt noch ein Video, auf das ihr euch alle freuen dürft. Oh, damn. Tschüss. Oh, damn. Damn, damn, damn. Ich werde Opa auf jeden Fall schreiben. Ich denke mal, dann werden wir in drei, vier Wochen wahrscheinlich eine Minecraft-Runde gemeinsam machen. Ich wünsche dir einen ganz schönen Urlaub. Viel Spaß. Und, ähm, ja. Nein, nein, nein. Tschüss. Soll ich? Nein, auf gar keinen Fall. Da ist die Treppe. Ach so. Ja, okay, Leute. Ich muss erwachsen werden. Ja. Lassen wir sowas. Tschüss. Mal. Untertitel Eles Wacken Also, wie auch unsere habe. 的. Isekbar geologisch. Und danngines valor. Das war Och.